Mach dich mit General Greaves Combat Speeder auf zu einem neuen rasanten Lego Star Wars Abenteuer gegen den Jedi Meister Mace Windu. Mit seinen federunterstützten Shootern, schnittigem Design und einem Fach für die vier Lichtschwerte des Generals macht es mit diesem schnellen Gleiter aus der erfolgreichen Animations-TV-Serie Star Wars, der Klon, wo es jedem Star Wars fehlend Spaß, sich in neue Duelle zwischen Sith und den Jedi zu stürzen. Dieses Lego Star Wars Spielzeug enthält eine Mace Windu Minifigur und eine Figur von General Greaves. Untertitelung des ZDF für funk, 2017